Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu CastleStory. Ja, wir sind immer noch beim Großbau-Projekt. Also eigentlich besser gesagt sind wir immer noch beim Landschaftsumgestalten. Und ihr seht ja, wie lange das dauert. So, jetzt gehen wir mal Großholz füllen. Während hier immer noch groß aufgefüllt wird. So, jetzt gehen wir mal. So, jetzt gehen wir mal. Und wie man sieht, unsere Steinfock-Geräte gehen gut zurück. Bauen die so viel Steil zum Haufen hier, ey. So, jetzt gehen wir mal. So, jetzt gehen wir mal. Das war's für heute. Also ja, sie brauchen 10 Steinen pro Block. Bei 10 Blöcken wäre das schon mal 100 Steinen. Ja, hier oben geht der Kahlschlag auch gut voran. Ich bin der Kahlschlag. Ich bin der Kahlschlag. Ich bin der Kahlschlag. Und ja, egal wo sie das Holz hinschmeißen, es landet meistens nicht im Abgrund, irgendwo aus dem Bösen, sondern irgendwo an Orten, wo sie rankommen. Und ja, egal wo sie auf dem Bösen, wo sie auf dem Bösen sind. Und ja, der nächste Quick-Tron wird wieder eine Weile dauern. Wahrscheinlich schon mal gesagt, aber falls ich es doch vergessen habe, wiederhole ich es gern nochmal. So, da wird es ganz einfach wieder Zeit, dass wir etwas Stein besorgen. So, wo bist du gerade? Oh ja, wenn wir uns das so ansehen, das ist schon mal der erste Fortschritt. So, wo bist du gerade? So, wo bist du gerade? Okay, wir kriegen wieder etwas Stein rein. So, wo bist du gerade? die so ihr könnt erst mal wieder mit dem Bauern helfen jetzt da wir da genug Holz rumliegen haben überall komm mal her mal sehen ob ich dich nicht irgendwie ein bisschen motivieren kann einen gewissen Stamm aufzufüllen danke so wie ich dich dazu motivieren könnte gut 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 Vielen Dank. Hits! Eheh, hier dann die Piste. Das war's für mich. Ja, alles abzubauen wird übrigens auch noch nicht lustig werden. Dank unserem Fehl mit der Treppe, also mit dem Tunnel, mit dem Treppentunnel. Du kannst ruhig, wenn wir weiterarbeiten. Da müssen wir langsam wieder hell. Hm, ne, der Korrupt von Mond ist noch groß zu sehen. Ja, die Korrupt von Mond ist noch groß zu sehen. Ich bin nicht so gut, sondern ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut, aber ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut, aber ich bin nicht so gut. Ja, noch haben wir genug Wald eigentlich. Irgendwann müssen wir uns auch um den Wald da noch kümmern. Also, wir müssen uns auch um den Wald da noch kümmern, um den Wald da noch kümmern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Und ja, Terraforming ist echt ein aufwendiger Prozess. Wie man merkt. Aber hier, unsere Steine nehmen langsam wieder zu. Was ich auf der anderen Seite wieder gut finde. Was ich auf der anderen Seite wieder gut finde? Und ja, wie gesagt, hier haben wir echt das Glück, dass wir nicht so stark auffüllen müssen, weil das hier nicht ganz so weit runter zu gehen scheint. Na doch, tut es. Ich höre aber nicht so vor. Hm, doch. Das muss die gleiche Höhe sein. Also hier. Und hier, weil ich sehe dazwischen kein Hoch oder Runter. Aber auf jeden Fall ist das... Oh. Ich habe zu viel geschnackt, deswegen nicht aufgepasst. Oh, ich weiß. Und hier, wo weiß ich nicht. Wir werden uns ja sehen, wenn es dann soweit ist.